Musik Wir spielen Don Giovanni, das Stehkraftorchester und der Kölner Oper kooperieren erstmalig und Musiker und Sänger stehen auf einer Bühne und machen im Prinzip alles zusammen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Man kann auf jeden Fall sagen, dass Don Giovanni natürlich so eine heilige Kuh des Musiktheaters ist und dass es deswegen eine riesige Herausforderung ist, die Demut und die Liebe zu diesem Stück und zu diesem Komponisten gleichermaßen mit der Freiheit, die Stegreif braucht und sucht und möchte, zu einem spannenden Musiktheaterabend zu machen, der auch diesem Gesamtkunstwerk, Oper, irgendwie gerecht wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020